Zap 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 meine lieben Freunde, willkommen zu einem neuen Video, ja heute geht es darum, um viele Sachen. Der liebe Peter Bass, ich weiß nicht ob einige von euch den kennen oder nicht, ja der hat mich in seinem Video vorgestellt, er hat so gezeigt was ich da mache mit Sperren und Testen, dies und das, hat mich so ein bisschen vorgestellt, deswegen dachte ich, wisst ihr was, stelle ich den Peter Bass auch mal vor. Ich werde seinen Link einfach bei mir in der Videobeschreibung reinschmeißen und da könnt ihr einfach mal draufklicken und gucken, was der liebe Peter Bass so für Videos macht. Der macht mittwochs 15.30 Uhr Videos und sonntags 13.30 Uhr ist auch viel mit Technik bezogene Videos, so verschiedene Sachen, mittwochs kommt Technik, sonntags kommen verschiedene, man soll sich da überraschen lassen, aber schaut einfach mal bei ihm vorbei, vielleicht ist er auch für euch sehr interessant, ich finde seine Videos auch interessant, ich habe ihn auf jeden Fall abonniert und einen Daumen hoch gemacht. So, jetzt geht es darum, was ist in den letzten Tagen bei mir passiert, es ist wirklich einiges passiert, ja zu Weihnachten wurde mir die Monetarisierung gekündigt bei YouTube, das heißt, ich kann kein Geld mehr mit YouTube verdienen, das ist aber begrenzt, natürlich für 30 Tage wurde ich da gesperrt durch eigene Fehler, die ich gemacht habe, die sollte ich auf jeden Fall jetzt demnächst korrigieren, ich habe eine Benachrichtigung bekommen, hier, pass auf, korrigiere bitte einige Videos von dir und dann kann ich mich neu bei YouTube wieder für die Monetarisierung bewerben. Ist gar kein Problem, wird alles in diesen 30 Tagen gemacht. Als nächstes ist mein neues Auto kaputt gegangen, ich wollte losfahren, geht aus. Ich hatte ja vorher einen Mazda 323 geholt, weil mein VW Touran, der silberne kaputt gegangen ist, aber ein Turboschaden, dann dachte ich mir, okay, kaufe ich ein günstiges, habe ein günstiges 323 geholt, da war ein kleiner Schaden, war jetzt nichts Wildes, aber der war mir nicht groß genug, er hat mir überhaupt irgendwie nicht so großartig gefallen, habe ich gedacht, komm, bei demselben Händler habe ich einfach mal einen VW Touran wieder genommen, habe ein bisschen Geld wieder draufgelegt, durch diese YouTube-Einnahmen, die ich da mir zusammen gespart habe, habe ich mir einen VW Touran geholt, nach einer Woche geht er mir kaputt. Vor ein paar Tagen ist er mir einfach kaputt gegangen. Erst wird mir die Monetarisierung gesperrt, jetzt geht mir mein Auto kaputt, ich bin gespannt, was als nächstes jetzt kommt. Es ist nur noch hier, wir haben jetzt den 30. paar Tage, bis es Neujahr ist. Und ja, also Jahr 2020 war total für die Katze, erst brauche ich einen Schluck Kaffee, und dann müssen wir uns überraschen lassen, was im Jahr 2021 kommt. Wir waren bei unserem Steuerberater, das erste Mal beim Steuerberater war einigermaßen okay, was ich an Preissu erfahren musste. Der Steuerberater kostet zwischen 200 und 300 Euro, dafür habe ich mir sehr, sehr viel gespart, durch diese Selbstständigkeit, durch YouTube und den Ganzen, muss ich da gar nicht so viel machen. Ich muss nur meine ganzen Papiere abgeben, mir wird das Ganze ausgefüllt, alles gemacht und dann wird es einfach abgeschickt. Das heißt, ich habe mir haufenweise Arbeit erspart und der Steuerberater macht das für mich. Natürlich ist er nicht günstig, aber das kann man auch wiederum irgendwie da absetzen. Da wurden so viele Fachbegriffe gesagt, bla bla bla, ich kam da gar nicht hinterher, deswegen lasse ich mich überraschen. Die Leute machen das professionell, die wissen, was die machen, also ist das für mich auf jeden Fall vorteilhaft. Das, was ich mache, ist einfach vor der Kamera sitzen und euch Sachen erzählen oder zeigen, irgendwas reparieren, sonst irgendetwas. Ja, das sind so die Sachen, die jetzt die letzten Tage passiert sind. Eventuell werden mal vielleicht ein paar Tage keine Videos kommen, weil ich für den Steuerberater sehr, sehr viele Papiere besorgen muss und das heißt, ohne Auto natürlich mit meinem Elektroscooter hin und her düsen. Mein Elektroscooter steht natürlich hier hinter mir irgendwo, falls man den sehen kann. Ja, da steht er. Ja, mit dem bin ich jetzt auf den angewiesen und der wird mich jetzt erstmal die nächsten Tage begleiten. Denn der VW Touran ist natürlich wieder in der Werkstatt. Die Verkäufer müssen wieder mal gucken, was da kaputt ist, was da fängt, welcher Pferde, Gewährleistung und dieses Ganze. Werden wir sehen, ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und es wird langsam auf jeden Fall Zeit, dass ich mir mal wieder die Seiten schneide, weil die sind extrem lang geworden. Den Topf oben wollten wir auf jeden Fall drauf lassen, die Seiten kommen immer wieder ab, vielleicht mal jeden Monat so ein bisschen. Ja, schreibt mir die Kommentare, falls ihr gewisse Wünsche habt an Videos oder sonst irgendetwas. Ich werde mein Bestmögliches geben, um euch da irgendwie zu unterhalten oder sonst irgendwas zu machen. Somit sage ich erstmal Leute, ciao, kakao und bis zum nächsten Mal.